Positive Affirmationen Teil 6 Ich lasse mich durch höhere Weisheiten und Wahrheiten leiten. Alle Energie, die ich brauche, ist immer für mich da. Ich bekomme die Unterstützung, die ich brauche. Immer. Hör dir das immer wieder an. Glaube es. Setze es um. Du setzt es dann automatisch um, wenn du es hörst. 21 Tage hindurch. Immer wieder hören, 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 hören. Und mach einfach weiter mit allen positiven Affirmationen, sodass es dir rundum richtig toll geht. Das wünsche ich dir. Deine Veronika. Bis ganz bald.